Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel wählen. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar! Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner! Der Führer ist der Führer! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ja! Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitteschön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber tschau, Mann, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn's dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau hat. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hankieren muss. Was ist los? Holen Sie mir, Fegelein! Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Stadtkamm. Eiskalt niedergeschlagen. Zimmer durchsuchen. Das ist mir die erste Kamm, der Gärten mich einzuschlagen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Damit können Sie die Luftwaffe widerschlagreiches machen. Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Hälte! Lass mal! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzureiden. Anders kann er das nicht machen. Ich habe da nach. Knappen und hier ist es noch ein. Nachdem Achtung zu dir. Ich habe das nicht in seine L香ritz. Ich habe das nicht in meine Pläne aufgel. Also schozen Sie zu dir. Ich habe das nicht in meine Pläne aufgeliehen.